Zurück beim Buddeln 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 Ist das hier eigentlich Erde? Wieso ist Stein und dann Erde und Wenn man jetzt hier in der realen Welt gräbt, da findet man auch nicht direkt Stein und dann wieder Erde Da findet man erst ganz viel Erde und dann vielleicht Sand und dann Stein ganz unten Wirst du Eisen Ich brauche Eisen Sieht nicht nach Eisen aus Sieht nicht nach Eisen aus Vielleicht finden wir sogar Smaragden dann können wir uns mit Dorfbewohnern tauschen Wenn wir den dann Dorfbewohner finden Zack So Jetzt haben wir auch gleich diese Ebene erfolgreich abgetragen Jetzt fangen wir hier an Und graben hier nochmal alles um Und graben hier nochmal alles um Zick Zack Zuck Zick Zack Meine Güte Meine Güte So Genau Und dann gleich nochmal rechts rum Und die vorletzte Spitzacke ging kaputt Wieso ist die Erde ja noch nicht weg Wieso ist die Erde ja noch nicht weg Ich habe diesen gefunden Ich habe diesen gefunden Ich habe diesen gefunden Ich habe das Ich habe ihn vielleicht Drei